Du bist so unglaublich gefühlvoll, ja? Die Texte, die Stimme, das ist ganz was Besonderes. Das ist eine blöde Frage jetzt, warum? Weißt du, was ich meine? Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll. Also ich verarbeite ja Situationen einfach, die mich auch heute noch berühren im Nachhinein. Und das versuche ich halt dann auch da reinzupacken. Also daher kommt das auch einfach, was du da zum Ausdruck bringst, schön. Toll, woher kommt der Name? Das möchte ich nicht ganz wissen. Also Matchday Fini war, ich wollte 2015 den Atlantik übersegeln. Ah, also daher.